Hallo, ich kenne mich wieder mit rechts aus dem Konop und dem großen Kanal und zurück zu Five Nights at Leons Remastered. Wir haben ja letztes Mal rausgefunden, dass er hier Chicky Bang Bang macht. Story Mode. Das ist der Fredbear, das war beim Fredbear, auch zu machen muss im Vorhang. Vorher bitte noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne dass hier alles nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen, vielen Dank, Freunde, für eure enorme Hilfe. Dankeschön. Heiliges Blechler. Ist der Fredbear in der Küche, Licht aus. Und ich sehe hier immer noch keinen Knopf. Fertig. Wir kennen ja das Gespräch. Bang. Ah, Leute. Da macht's was mit. Aber noch sind sie ja anscheinend alle oben, oder? Alle sind unterwegs. Wir müssen nur auf die Küche aufpassen. Alles andere interessiert jetzt noch nicht. Das Vögelchen. Alles andere interessiert jetzt auch nicht. Das Vögelchen. Nicht zumachen. Fredbear. Zumachen. Vögelchen hier kein Licht aus. Sonst ersticken wir. Der Sound, es ist ja kein schlechtes, oh, Thread Bear, schreckt, er schreckt, wir haben schon mal einmal hier was erreicht, 60 Degrees, 60 Degrees, aber so ist nicht schlecht zu spielen, muss ich schon sagen, hat was. Er ist nicht hier, am Fenster ist auch keiner, ich bin mal gespannt, was man hier dann machen muss, wenn es halt nicht so dunkel für mich wäre, dann wäre das alles easier, plus keinen Fehler machen, ich habe das jetzt schon so oft verkacktes Spiel, andere sind beim Part 5 schon fertig mit dem Spiel, ich habe 20 Sterne, ich habe gesehen, einer hat total durchgespielt auf GameJoyle, wo 5 Sterne hat, und ich bin immer noch in Nacht 2 beim Part 5, ist schon ein bisschen lächerlich, was ich hier fabriziere, euch abliefer, aber man muss halt erst alles rausfinden, wenn man kein Englisch verstehe, oder nur sehr schlecht. Äh, no no, du kommst hier nicht rein, du nicht, ich lass mich nicht mehr verarschen von dir. Das habe ich einmal gemacht, zweimal mit dem Fredbear noch. Bei mir dauert es halt ein bisschen länger, ich muss mich halt alles hier selbst, muss mir alles selbst erarbeiten. Und in die Kommentare hat mir noch kein Artikel gegeben, was ich machen soll, von dem her bin ich halt hoffnungslos verloren. Und hier sieht man kein Roten, kein Grün, kein Knopf. Oh, Freddy Gonzalez. Er ist immer noch da. Er ist weg. Und was war das mit den gelben Augen? Was war das für einer? Könnte ich noch dran erinnern? Ich glaube, im zweiten Part war es. Oder so ähnlich. Was? 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 Die Musik, Leute. Das macht mir verrückt. Und ich könnte wetten, dass der Fredbear jetzt wieder hierher kommt. Der Spung. Der Schleid. Was? Die Musik. Er kommt mit Sicherheit. Er kommt mit Sicherheit. Der Fredbear wieder rechts. Ja. 100 pro. Und das Vögelchen kommt hier. The Birdie Bird. Weil er will mich nämlich wieder verarschen. Ich weiß es. Macht er nämlich gern. Oh no, er kommt hier. Ich hoffe, er ist weg. Er ist weg. Ist seriös. Nein. Nein. Leute, ich muss mich hier voll Johnny Kontrolletti Concentration machen. Ich kennt mich ja. 5 am. Nur kein Fehler, alter Mann. Nein. Hallo? Die Musik. Leute, die Musik macht nicht verrückt. Es kommt aber keiner. Vögelchen. Ich geh jetzt. Bleibst du weg. Habt ihr die Augen gesehen? Ich hab doch gewusst, irgendwas will mich wieder verarschen. Wer ist das mit diesen gelben Augen? Who is that? Who is that girl? Ahhhh. Ahhhh. Wöhle. Wöhle. Im Moment sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Alles ist okay. Im Moment... STRIKE! War das nicht so schwer? Jo. Nein. Nein. Wir haben es. Holer. Tape Zoom. Tape Zoom. Haben wir noch schon Tapes? Wieso habe ich noch keine Tapes? Warum nicht? Play. Ich habe keine Tapes. To get them... Ja Freunde. Das war ein weiterer Part von Five Nights at Leon's Remastered. Ich werde es natürlich weiterspielen. Nach 3. Nachdem wir jetzt endlich mal nach 2 überlebt haben. Ich hoffe, ihr bleibt noch weiterhin dran. Und habe weiterhin Spaß. Und helft mir dann irgendwann auch mal, wenn ich wieder nicht weiter weiß. Wir bedanken. Es war süß. Wir würden uns freuen, wenn ihr mich einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bemerkt auf das Video. Schreibt mir das in die Kommentare. Akten, wenn ich drücke. Und falls ihr noch kein Abo habt. Einfach nur auf das Matschbären sind drücken. Press den Hitbutton. To subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Übertreibt es nicht. Passt bitte auf euch auf. Und bleibt vor allem gesund. Bitte, bitte, bitte. Mein Herz ist unser Neues. Bleibt gesund. Wir sagen, tschöne Bühne und Ticklinger Rosti. Euer Sam Teggi, Dominion, der Restaurantverbande und der Rosti. Vielen Dank. Danke. And goodbye. Good night. Bye bye. Ciao.